Es sind Finanzgeheimdienste, die in Vorbereitung sind. Das heißt, die Europäische Union auf dem Weg in den Totalitarismus. Diese FIU hat also die Aufgabe, die Menschen genau zu kontrollieren. Man schafft also eine Gefährdung in irgendeiner Form oder behauptet, es existiere eine, um dann die Kontrollmaßnahmen dagegen einzusetzen. Und das ist das Thema. Es droht jetzt ein zentrales Vermögensregister der EU. Also es ist eine Art Finanzgeheimdienst oder nicht eine Art. Es sind Finanzgeheimdienste, die in Vorbereitung sind. Das heißt, die Europäische Union auf dem Weg in den Totalitarismus. Man plant eine Richtlinie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das ist ja so ein bisschen immer wieder das Thema. Man schafft also eine Gefährdung in irgendeiner Form oder behauptet, es existiere eine, um dann die Kontrollmaßnahmen dagegen einzusetzen. Magst du uns bitte einmal erläutern, um was es geht? Denn das ist auch wieder ein Thema, das die Banken, die Investmentfonds, Vermögensverwaltung und so weiter betrifft. Also das ist eine zweite Schiene der hybriden Kriegsführung gegen die normalen Bürgervermögen, die ihr Geld angelegt haben, gespart haben. Menschen, die Geld zur Seite gelegt haben und wollen es irgendwann wieder nutzen, im Alter zum Beispiel. Auf der einen Seite wird die Geldmenge vernichtet über die Anlagen selbst. Auf der anderen Seite geht es darum, die Anlagen auch selbst zu ergreifen, zu erfassen. Und aus diesem Grunde hatte man Ende Dezember 2021, wir hatten damals übrigens im Podcast auch darüber gesprochen, ein zentrales Vermögensregister in Planung gehabt. Das bedeutet, dass quasi alle Banken, Investmentfonds, Vermögensverwaltung und so weiter dazu verpflichtet werden, die Vermögensgegenstände und finanziellen Beteiligungen von den Anlegern quasi zu erfassen und einer zentralen Behörde natürlich auch zu melden. Und dafür gibt es tatsächlich diesen Financial Intelligence und das ist also quasi wie das Central Intelligence, was wir kennen vom CIA und so haben wir hier eine FIU. Diese FIU hat also die Aufgabe, die Menschen genau zu kontrollieren, alle, man sagt davon, nur die Reichen. Damit wird natürlich dann so eine scheinbare Geschichte eingeführt nach dem Motto, jetzt geht es den Reichen an den Kragen. Wir dürfen aber nicht vergessen, es sind die Ultrareichen, die diese Gesetze steuern. Und die werden sich nicht selbst enteignen, sondern die werden an den Mittelstand gehen, den man dann als Reich im Prinzip deklariert. Für einen Normalbürger ist ein Mensch zum Beispiel mit 50 Millionen ein ultrareicher Mensch. Wenn der 50 Milliarden hat oder 50 Millionen, das ist für den Normalbürger keinen Unterschied. Man muss aber wissen, dass jemand mit 50 Milliarden gegenüber einem mit 50 Millionen quasi wie ein Konzernchef ist gegen einen Obdachlosen, der unter einer Brücke steht. So groß ist die Differenz. Das müssen wir uns immer klar machen. Also man will den Mittelstand offenbar enteignen. Und dieses Vermögensregister führt sogar so weit, dass Menschen, die ihre Vermögen dann nicht preisgeben, so dass eine spezielle Organisation, eine Observation, eine Organisation installiert wurde in der EU, die sogar mit entsprechenden Mannschaften, Sondereinsatzkommandos quasi sogar in die Räumlichkeiten der privaten Bürger eindringen kann, wenn die ihre Daten nicht geben und außerdem mit Millionen Strafen belegt werden, wenn sie die Daten nicht freigeben. Also es ist eine sehr heftige Geschichte. Das konkretisiert sich jetzt. Jetzt geht die große Diskussion los und aus diesem Grunde habe ich hier einen Sonderpodcast gemacht. Der dauert, was weiß ich, zwölf Minuten, um die Zusammenhänge nochmal klarzumachen, dass jeder sich dann nochmal Gedanken machen kann, dieses Ding jetzt auch in die private Diskussion reinzubringen. Da gehört es hin, um es möglichst zu verhindern und, falls es nicht verhindert sein sollte, dass man sich dann vorbereitet. Ich mache in meinen Webinaren immer wieder diese Themen. Jetzt fange ich auch an, das zentrale Vermögensregister mit reinzunehmen. Das aktuelle Webinar ist voll, aber das nächste wird in Kürze wieder kommen, um sich vorzubereiten. Wie es genau aussehen wird, dieses Gesetz und die Umsetzung, wissen wir noch nicht, aber wir sind jetzt heute schon wesentlich weiter. Es ist nicht einfach nur eine Überschrift. Und wie gesagt, dieser Podcast findet sich auch unter den angehefteten Podcasts ganz oben. Wenn ihr da draufklickt auf den letzten und einfach weiterklickt, dann kommt ihr dahin genauso. Da seht ihr auch das Stichwort Finanzgeheimdienste, FIU. Ich ziehe mal gerade eine Meldung kurz vor, weil sie in gewisser Weise noch dazu passt, Andreas. Hat die Berliner Zeitung veröffentlicht und zwar die Überschrift lautet globale Jagd auf Superreiche. Millionäre drohen der Schweiz mit Auswanderung. Und zwar geht es um die Erbschaftssteuer, um die Einführung einer Erbschaftssteuer für sogenannte Superreiche. Da gibt es jetzt Organisationen, die Unterschriften sammeln, der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, also den Jusos. Und der Vorschlag lautet, und da haben schon über 100.000 unterschrieben, alle mit einem Vermögen von über 50 Millionen Euro sollen jetzt mindestens die Hälfte abgeben. Andreas, 50 Millionen Euro ist viel. Man fragt sich, braucht man auch 50 Millionen Euro? Wirklich, das ist die eine Frage. Aber die andere Frage lautet, kann man so einfach fordern, hey, ihr habt so viel, jetzt müsst ihr einfach mal die Hälfte abgeben? Genau, da liegt das Problem. Also die Schweiz ist mittlerweile genauso wie die EU ja auch gefangen in dem System. Auch das BEF, die sitzen ja sogar da letztendlich. Also wir müssen einfach sehen, dass auch die Schweiz dabei ist, zum Beispiel dieses EU-Vermögensregister umzusetzen. Auch das liegt eindeutig auf der Hand. Und das Zweite ist jetzt eben halt, dass solche Sondersituationen kommen, Reiche zu besteuern. Jeder Normalbürger, sagst du völlig zu Recht, sagt, warum soll man die mit 50 Millionen nicht besteuern? Ich bin sogar dafür, dass man das machen kann. Aber es muss dann im Rahmen einer kompletten strukturierten Systemänderung stattfinden und nicht einfach durch Willkür. Denn nochmal, 50 Millionen sind mittlerweile heute auch gehobene Mittelstände, während die Ultrareichen im Hunderten-Milliarden-Bereich auf einer ganz anderen Ebene sich bewegen. Man muss diese Differenzen einfach auch wirklich deutlich machen. Und diese Besteuerung, dass man sagt, okay, 50 Prozent auf das Vermögen von ab 50 Millionen, da unter übrigens auch, werden Besteuerungen stattfinden, aber eben halt etwas weniger, aber auch willkürlich. Ich habe momentan mit vielen Menschen zu tun, die in der Schweiz leben, Original-Schweizer-Lichtensteiner, die gerade dabei sind, ihr Vermögen ins Ausland zu retten, die gerade dabei sind, auch zu flüchten. Die drohen auch ganz klar der Regierung, dass sie das Land verlassen wollen. Und das sind nicht wenige. Ja, das steht auch in diesem Beitrag drin. Viele wollen, und die haben das auch schon öffentlich gemacht, im Fall, dass diese hohe Erbschaftssteuer eingeführt werden soll, das Land zu verlassen. Ich frage dich mal, was würde das denn für die Schweiz bedeuten? Für die Schweiz würde das bedeuten, dass Geld abfließt. Inwieweit das jetzt schädlich ist, ist eine ganz andere Frage. Weil die Schweiz hat das Problem, dass sie eh zu viel Geld hat für den kleinen Wirtschaftsraum und damit verpflichtet ist, diese Gelder ja irgendwo zu investieren über die Finanzsysteme. Und aus diesem Grunde ist die Schweiz ja auch extrem investiert in Staatsanleihen der EU. Das heißt, die Schweiz hat Forderungen gegenüber dem Euro, gegenüber Euroanleihen, die höher sind als ihre gesamte Wirtschaftskraft. Das bedeutet, dass die Schweiz auch unmittelbar von dem Verlauf des Euros abhängt. Sollte der Euro beispielsweise crashen, crasht die Schweiz automatisch mit? Man glaubt immer so ein bisschen, wenn man keine Ahnung davon hat, als wäre das irgendwie eine Insel der Glückseligen. Und das ist es nicht. Die sind unmittelbar verbunden im gesamten System. Laut einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PVC oder PWC, die hat im Juni stattgefunden, haben zwei Drittel dieser Betroffenen, das sind ja Unternehmenseigentümer in der Überzahl, haben die angegeben, dass sie eine vorzeitige Übertragung des Vermögens auf andere Familienmitglieder in Betracht zögen. Damit würden sie natürlich die Erbschaftssteuer umgehen. Was würde das denn bedeuten? Na gut, das ist nichts Ungewöhnliches. Das sind die normalen Modelle, die Preiswaterhouse Coopers als Unternehmensberatung natürlich auch anbietet und jeder Steuerberater. Man kann zum Beispiel seine Erbschaftssteuer reduzieren. Das bietet sich übrigens auch für kleinere Vermögen an, dass man auf dem Wege der verfrühten Erbfolge das Kapital schon an die Erben überträgt. Dann ist es eine Art Schenkung. Und wenn man dann noch zehn Jahre als Vererbender überlebt, dann gilt das Ganze. Deshalb sollte man das nicht machen, wenn man 90 ist, weil da ist es zu spät, sondern in einer relativ frühen Phase, 65, 70, spätestens sollte man anfangen, zumindest in Europa, Vermögenswerte an die Hinterbliebenen schon zu übertragen, sich ein eigenes Nutzungsrecht eintragen zu lassen. Damit kann man Erbschaftssteuern sparen. Das sind ganz viele Modelle, die da laufen. Aber da muss man natürlich ganz individuell mit seinem Steuerberater das besprechen. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an.